Hallo zusammen, hier haben wir Bifosa. Bifosa kommt aus der Tötungsstation aus Losea. Das ist eine ganz, ganz wunderschöne Galga, zwei Jahre alt, kleine Leishmaniose, super Mündchen. Ist ein bisschen ängstlich und vorsichtig, deswegen wäre ja der gute Platz an den Hunden. Aber ihr seht schon, ich sag mal, vorher war sie sehr ängstlich. Jetzt wird sie ein bisschen ruhiger, aber man kann dran arbeiten. Wunderschön, ganz, ganz liebenswertes Mädchen.